Wer solche Freunde hat, der hat keine Freunde, der hat Familie. Kaum lobe ich die Hitche, dafür ist es nun nicht so, wie sie soll. Möchte jemand einen Golf haben? Top gepflegt, Sammlerzustand. Hallo ihr schönen Menschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem schönen kleinen Kanal. Herzlich willkommen zum nächsten Video im Golf 4 Projekt. Ich habe es angekündigt, es wird eine große Inspektion geben. Ich bin jetzt gerade dabei, das Auto ein bisschen warm zu fahren, denn wir wissen, warmes Öl, das läuft einfach besser ab aus dem Motor. Deswegen gibt es jetzt einmal das Öl neu, Luftfilter neu, Zündkerzen hoffentlich neu, denn ich habe mich schlau gemacht und habe dazu ein Tutorial gefunden, wo bei Autodoc auf YouTube, Achtung Schleichwerbung, gesagt wird, ihr müsst zum Wechsel der Zündkerzen die Ansaugbrücke ausbauen. Und dachte mir, Alter, wer hat denn dieses unfassbare, reparaturunfreundliche Auto sich ausgedacht? Jetzt habe ich gerade mit einem befreundeten Mechaniker telefoniert, der mir sagt, Zündkerzen müssen doch nicht, äh Quatsch, die Ansaugbrücke sollte doch nicht ausgebaut werden. Es geht auch ohne, wenn man zu seinem Zündkerzenschlüssel eine Verlängerung und ein Gelenk hat. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich das in meinem Werkzeugkasten habe. Wenn ich das habe, dann werdet ihr gleich sehen, wie ich an diesem Kraftfahrzeug die Zündkerzen wechsle. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt mache oder ob ich mir eventuell doch das Gefummel mit der Ansaugbrücke antue. Bevor es damit losgeht, möchte ich nochmal ein unfassbar großes Dankeschön sagen. Ihr habt, wenn ihr das erste Vierer-Golf-Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass Kevin mit mir zusammen das Auto abgeholt hat. Und ich muss einfach wirklich nochmal ein paar ganz liebevolle Worte für diesen Jungen sagen. Denn ich habe, anders, Kevin kennt alle Witze über seinen Namen. Aber alle Kevin-Witze, alle Kevin-Klischees, alle Vorurteile sind scheißegal, wenn der Typ für euch so ein Freund ist, dass er sich Stunden ans Bein bindet, um mit euch durch die ganze Republik zu fahren, um so einen labbrigen Vierer-Golf im mittelmäßigen Zustand zu holen. Da hätten andere gesagt, Alter, hol deinen Scheißkarre alleine. Deswegen, hab vielen, vielen Dank, Bro. Ich kann das gar nicht hoch genug schätzen. Wer solche Freunde hat, der hat keine Freunde, der hat Familie. Okay, ich bin soweit. Auto ist ein bisschen warm gefahren. Was kommt hier rein? Ich habe mir bestellt mal 010W40. Das Öl für diesen Motor, das ist der 1.6er SR mit 101 PS. Motor-Kennbuchstaben gibt es, glaube ich, AEH, AKL und noch irgendwas. Was wichtig ist, dass das Öl der VW-Spezifikation 501.01 oder 502.00 entspricht. Das entspricht das Öl, was ich mir bestellt habe. Ansonsten eine 10W40 Viskosität ist eine gute Viskosität für ein Öl, was man im Alltag fahren kann, auf so einem ganz normalen Motor wie diesem hier. Und ich werde jetzt gleich meinen mega stylischen Kopfgurt rausholen. Und dann könnt ihr aus meiner Perspektive gleich verfolgen, wie ich mich hier zum Level mache oder auch nicht. Schaut mal, Freunde, ich habe dem eulen Golf was Gutes getan. Das bedeutet offiziell herzlich willkommen in der PS-Blick-Projekt-Garage. Ja, gleich geht's los, hauen wir auf. Meine Freunde, ich habe leider keinen guten Platz gefunden für meine Kamera. Mal schauen, ob ich nachher noch ein Stativ basteln kann. Auf jeden Fall, bevor ihr Ölwechsel macht, habt ihr hier so einen Unterbodenschutz. Der ist mit ein paar Torx-Schrauben befestigt. Hier, 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 unter anderem. Und den müsst ihr dann als erstes abschrauben. Das ist eigentlich gar nicht mal so doof gedacht mit dem Unterbodenschutz. Der ist hier vorne, unten in die Lippe sozusagen reingeschoben. Ich muss jetzt mal gucken, ob man das sieht. Wahrscheinlich nicht. Doch hier, hier ist es. Hier, okay. Wir kommen jetzt auf jeden Fall gut an den Ölfilterrand. Der sitzt dann da. Die Ölablaufschraube ist außerhalb meines Sichtfeldes. Aber das macht nichts. Da werde ich das Auto gleich noch ein bisschen höher kurbeln. Und dann werden wir uns nachher, wenn das erledigt ist, mal die Lippe hier vorne anschauen. Das ist nämlich irgendwie, vielleicht ist die Vorbesitzerin mal beim Einparken auf dem Randstein drauf gesessen. Die ist hier aus der Halterung raus. Seht ihr, hier ist sie noch drin. Hier ist sie raus. Die versuche ich dann wieder neu zu richten. Weiter geht's. Um den Luftfilter zu lösen, habt ihr hier zwei Schrauben. Und dann würde es sich empfehlen, hier einfach das Verbindungsstück vom Luftfilter zum Verbindungsschlauch, also die Verbindung vom Luftfilter zum Schlauch zu trennen. Hier sitzt der Sensorluftmengenmesser. Da sind hier nochmal vier Schrauben dran. So, jetzt haben wir ein Problem, dass hier offenbar schon mal jemand dran war. Denn die Schrauben sehen nicht VW-Original aus. Ich zeige euch die mal kurz. Na, also wenn VW-Original solche Schrauben verbaut hat, das würde mich dann doch sehr wundern. Das Problem ist auf jeden Fall, dass ich an die hier unten sehr schlecht rankomme. Die ist auch schon ein bisschen ausgeknübbelt. Deswegen baue ich jetzt diese Abdeckung ab. Die hängt hier an eins, zwei, drei Schrauben. Und die nehmen wir jetzt gleich runter. So, und mal sehen, dann sollte ich hier deutlich besser rankommen. So, können wir gleich mal schauen, wie das hier alles aussieht. Lichtmaschine ist noch da. Und hier an der Ansaugbrücke unten, ja also, das ist minimal bis nicht vorhanden, was er da schwitzt, nach 22 Jahren. Sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Ein bisschen Schmand ist hier am, äh, unterm, unterm Ölfilter. Quatsch, unterm, unterm Öleinfüllstutzen. Ölfilter sitzt ja hier unten, da, seht ihr? Da wird wohl jemand beim Öleinfüllen oder Nachfüllen was daneben gekippt haben. Aber auf jeden Fall komme ich jetzt besser an die hier ran. Wisst ihr was, Freunde? Ich muss echt meinen Kopfgurt holen. Das hält ja hier kein Schwein aus. Ich kann euch das ja gar nicht anständig zeigen. Mit nur einer Hand das abbauen kann ich erst recht nicht. Aber auf jeden Fall. Das Ding ist locker. Hier ist es nur reingesteckt. Das habe ich jetzt schon mal vorgelockert. Und dann ist hier ein Dichtring drin, ne? Tut mir gefallen und verliert den einfach nicht, ja? So, jetzt nehmen wir die Scheiße erst mal runter. Mensch, der Luftfilter sieht noch gar nicht so schlecht aus. Also noch gar nicht so schlecht ist in dem Fall ein bisschen relativ. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall gut, dass ich den tausche. So, weg damit. Und dann haben wir hier auch einen wunderbaren Insekten- und Sandfangsammelkasten. Ja, ich glaube, man sieht es, ne? Das war allerhöchste Eisenbahn. Jetzt mache ich die Kamera aus. Und dann mache ich die Scheiße sauber. Na komm. Also ich habe das schon ein paar Mal erlebt jetzt, dass die Passgenauigkeit der Mannfilter wirklich extrem straff ist. Und entsprechend müsst ihr natürlich den Luftfilterdecker hier auch wieder ziemlich straff drauf donnern. Aber besser so als zu locker. Achtet drauf, dass ihr die Nupsis wieder reinschiebt. Der große Spaß wird ja jetzt die Fummel schrauben. Haha. So, Öl ist gewechselt. Filter ist gewechselt. Jetzt kommt das gute Manol 10W40 in den Karton rein. Mit VW-Freigabe. Nach 501.01, ne, nach 502.00. Ach, siehst du sogar nach beiden. Hier. Das bringt doch garantiert gleich 10 PS mehr. Mal sehen, ob ich es schaffe, das ohne Trichter so einzufüllen, dass nichts daneben saut. Ne, ich traue es mir nicht zu. Öl ist drin, Freunde. Das ist doch schon mal was. Ja, kann man auch die restliche Scheiße wieder zusammenbauen? Nein, Spaß. Der hat ja weniger Ärger gemacht als gedacht. Der Golf, und hoffen, dass das so bleibt. Dass er sich jetzt brav wieder zusammenbauen lässt. Kaum lobe ich die Hitsche, da will sie so nicht so, wie sie soll. Also, da muss ich es sein. schaut mal freunde die lippe ist auch wieder drin ich würde sagen nur noch der unterbodenschutz der jetzt hier wieder reingeschoben wird warum muss das ding und dann bin ich fertig mit dem karton passt es möchte jemand einen golf haben top gepflegt sammlerzustand die hitsche so genau noch vier talks und dann geht's ab auf frohe fort was soll ich euch mal was verraten freunde vom ganzen liegen hier unter der karre tut mir schon bärisch der nacken weh also respekt an die schrauber und mechaniker die sich jeden tag mit solchen kisten rum ärgern so karre läuft karre rollt klar frisches frischer filter warum sollte es das auch nicht tun sind jetzt wieder 15.000 kilometer zeit so und ich lass einfach jetzt schon mal die katze aus dem sack wahrscheinlich wenn das 15.000 kilometer intervall rum ist dann wird dieses auto wahrscheinlich nicht mehr bei mir sein der golf soll kein langzeitprojekt werden der golf soll mich bei zeiten wieder verlassen ich habe bock auf andere autos ich will verschiedene autos auch kennenlernen verschiedene autos fahren an verschiedenen autos schrauben und je älter desto besser denn der vierer golf je länger ich damit fahre desto mehr sympathien entdecke ich eigentlich dafür dass er wirklich ziemlich unaufgeregt seinen job macht die länger ich damit fahre desto mehr wird mir aber auch klar dass es nicht die art von liebe ist und liebe ist die ich beim fahren empfinden will und da wäre es jetzt eigentlich relativ quatsch dieses auto als 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 winterfahrzeug oder sowas runter zu reiten sondern ich möchte tatsächlich in der geschichte noch weiter zurückreisen in der zeit vielleicht ein zweier golf haben als nächstes projekt mal sehen die kosten ja auch nicht schlecht geld aber ich habe richtig richtig bock drauf ich möchte wissen wie sich ein noch älterer golf fährt ob das auch wirklich dieses relativ langweilige emotionslose golf fahren ist oder vielleicht ob da mehr emotionen bei aufkommen deshalb ich kann euch nicht mal garantieren wenn diese videos alle erscheinen es werden noch einige mehr kommen zu dem auto keine sorge ob der golf 4 dann noch da ist für den teil möchte ich sagen es hat mir spaß gemacht das so kennenzulernen ich bin tatsächlich ohne blutzoll an den an den schrauber gott rausgegangen aus diesem schraubertack es ist unglaublich das ist nicht dass das ein schlechtes oben ist ich hoffe euch hat spaß gemacht dieses video zu schauen wenn ihr fragen haben schreibt mir gerne erzählt mir über eure erfahrungen erlebnisse mit dem 1 6er sr motor diesem fast unzerstörbaren eisenschwein wie es ja ganz gerne genannt wird und dann sehen wir uns im nächsten video wieder würde mich riesig freuen wenn ihr den kanal abonniert wenn ihr mit dem video ein like da lasst irgendwie mit mir in kontakt tretet mir bescheid gebt wie ihr das ganze findet da freut sich der youtuber also ich da freut sich der algorithmus der sieht dass das video interessant ist und ich hoffe ihr freut euch auch über all das was ihr seht auf diesem kleinen kanal hier geht es um autos und emotionen ich bin peter das ist psblick ich habe euch lieb ciao